Hey, dieses Video ist ein Best-of von den witzigsten Momenten der letzten Monate. Das aber nicht aus den Videos, sondern einfach Clips, die entstanden sind nebenbei beim Zocken. Denn es passiert wirklich sehr viel außerhalb der Videos. Und es wäre schade, alle diese Clips nicht in ein Video zu verpacken. Bei vielen Clips wird man allerdings nicht meine Stimme hören, weil ich das Schriftwerk einfach verkackt habe, mit aufzuzeichnen. Bei manchen wenigen allerdings schon. Das alles wurde auch mit der Xbox Game Bar aufgezeichnet, welche nicht immer für die beste Qualität steht. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Hast du Looting? AAAAAA 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 BABY AAAAAA Nein, stopp! Sterbst du? Der hat einen Jump gemacht! Dann bin ich jetzt weg. Sonst gehts hier aber gut, oder? Junge, ich mach mal seine Hände drunter, ich geh zur Tür auf, und ich ohne mich zu sang raus... Alter! 131! Ich bin aber zurück, ich hab 333! Ich hab 11 cm High! 11! High! Am Ende kommt der so wirklich gleich einfach so online, um zu gucken was abgeht. Dann geb ich ihn den Key. Und dann kriegt er Epic Key, dann kriegt er OP Key und dann kriegt er Endermans vor, oder? Ich glaub, er wird sich dann einfach ne Kiste bauen, ob Sian draufbaut und da den Key reintun. Was anderes macht der Typ halt nicht. Aber so als würde es auch so was nützen, dass er so ne Kiste zubaut, man kann da einfach in 10 Sekunden oder so, kann man sich die Kiste abbauen und alles rausnehmen. Oder einfach die Kiste abbauen, WTF, da muss man das ob Sian auch nicht abbauen, wenn man einfach die Kiste abbaut, hä? Ja, Fungi hat irgendwie TP gerecht. Ich kann nix machen! Das sieht aus wie... Hast du Parkinson? Ja, ich bin raus! Ich hing in die Blocklist! Ne, die sind echt alle Steve. Was, von wem? Grün. Ne, der eine ist im Schwarzer. Oh, warte, nein! Nein! Stopp! Ne, das Ende ist halt echt schwarz. Dritte Glanzparade. Cool. Ich bin der Geilst! Ich bin der Geilst! Okay. Ja. Ah, ja! Oh, oh! Ah! Oh, überlebt! Ah! Das geht! OOb! Alter, der beste Spieler! Hauhhu! Ähh. Er hat einfach Seelenfackeln, er ist reich! Ich muss das ceramisch machen! Ich hab's genau dazwischen die getroffen Nein! Hinter uns, hinter uns, wir werden gefickt. Ja, keine Chance, keine Chance. Immer hat er... LOL! Ja! 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 Sie! Ah, ja! Oh mein Gott. Call of the Wild hat mir gerade gesagt, dass ich noch sechs mehr Cots brauche. Was für Call of the Wild? Ja, keine Ahnung! Oh mein Gott, ich habe eins mit 6,66 cm, oh mein Gott. Call of the Wild. Der Ruf der Wildnis. 13 Sekunden, der Ruf der Wildnis. Du bist es. Huh, this area suffering from overfishing. Cast your rod in a different spot for more fish. At least three blocks away. Ok! Ok, thank you, man. Wieso, bist du da runtergekommen? Oh. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass du dasuch bist. Mein MC ist abgestritten. Es ist eigentlich gut, dass er ein MC abgestritten wird. Das ist einfach so eine Penner-Ecke hier. Also seid ihr da in dieser Ritze da drin? Genau, auch für uns. So, komm wir. Ey, Bärlauch? Wir machen das jetzt so jeden Tag, so als Penalive. Haa, ne. Was ist denn? Nein, die Angelsachen gehen nach oben. Und das gehen sich wieder. Ja, das ist jetzt auch der Ritze da drin. Ja, das ist einfach. Ich bin quer, Bärlauch! Ich bin ein bisschen. Am Mann. Ich bin ein bisschen. Das Spielstabschluss Schiff, wie geht's dir? Ja... Schiff, schau! schau mich schon mit tief in die augen bist du willst du mich irgendwann mal hauen in diesem spiel willst du die blast picke auf gut kraft haben ja überlegt noch mal willst du die blast picke aus mit kraft haben ja jetzt kommt ich weiß die gesellschaft damit ist nicht so alleine schon eine leiter so ausbruchsplan schmiedet oh mein gott wauw hallo hallo da wollen wir mit den eigenen waffen geschlagen ja wenn ich 18 uhr her geht das auch immer so straßen der 100 meter weg und hört das noch wer hat da noch mal den nachbarn der so laut das war das nicht dein nachbar ich weiß es nicht mehr das ist jemand wegen der belästigung anrufen das zu laut atmet ja ich weiß ich weiß aber bei dem haben wir das mal gesagt ich habe das 12 plus bekommen so halb erst mutiert hast du dir nicht auch mal irgendwie genannt der ist auch ein fisch ja er ist herr forelle ich mag fehler jetzt was machst du gerade strauß das sah gerade das sieht aus wie in einem horrorfilm ich hab nein das ist meine private pen ecke dies besser als eure pen ecke nein nein warum kommt denn alle jetzt jetzt gehe ich wieder weg einfach mein sport abgezogen was machst du es braucht sein film aber irgendwie ein richtig heftiges standbild das ist wie das auch von hinten nach oben jetzt hängt er in der wand unten das ist Bis zum nächsten Mal.